UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Unsere Gäste aus Moskau. Willkommen in Fürstenberg. Wir haben eure künftigen Arbeitsstellen entsprechend eurer Berufe vor eurer Emigration in die Sowjetunion ausgesucht. Eure neue Direktorin. Verrate uns, wo du herkommst. Aus der Sowjetunion. Also wenn das kein Grund zum Anstoßen ist. Herzlichen Glückwunsch zu einem der ersten Fernsehgeräte der DDR. Was ist ein Fernsehgerät? Eine Zukunft. Zum Abschluss unterschreiben bitte hier. Hiermit verpflichte ich mich, weder mündlich noch schriftlich über meinen Aufenthalt in der Sowjetunion Auskunft zu geben. Ich war zehn Jahre in einem sowjetischen Lager. Das hier! Das ist ein Lager! Reiß Buchenwald! Jetzt sagen Sie mir doch mal einfach, wer hinter diesen Lügen und Verleumdungen steckt, die Sie hier verbreiten. Kein Brief, nicht eine Zeile in all den Jahren. Du hast gesagt, es wird eine Zeit kommen, in der wir über alles sprechen können. Aber nicht jetzt. Vor ein paar Jahren war noch Krieg und wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Wir können die Toten nicht wieder lebendig machen, aber wir können die Welt besser machen als sie ist. Sag mir die Wahrheit. Das ist nicht mein Land, Antonia. Ich geh nicht fort. Warum? Weil sonst alles sinnlos war. Die Toten nicht zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020